Musik Die Duo Box ist die ideale Lösung, wenn du zwei Kinder mit deinem Oscar S transportieren möchtest. Das Holz der Box ist mit einer Hightech-Versiegelung behandelt, das die Box wetterfest und langlebig macht. Für die Box gibt es verschiedene Zubehörteile. Musik Musik Das Sitzpolster sorgt für noch mehr Komfort in der Duo Box. Es ist vorbereitet für die Integration von Sicherheitsgurten. Es gibt zwei verschiedene Sicherheitsgurte, einmal das Basismodell und zum anderen das Komfortmodell. Diese zeichnet sich durch den magnetischen Sicherheitsverschluss und die Schulterpolster aus. Der Insektenschutz lässt sich ganz einfach über den Aufbaurahmen ziehen. Er verfügt über eine Öffnung an der Vorderseite, sowie über ein Eingriffsfach an der Rückseite. Das Regenverdeck schützt dein Kind auch bei schlechtem Wetter. Bei gutem Wetter kannst du vorne die Regenkanne nach oben stülpen, wodurch ein Insektenschutz zum Vorschein kommt. An der Rückseite befindet sich ein Eingriffsfach. Musik Damit deine Kinder einen besseren Halt haben und die Duo Box vor Kratzern geschützt ist, gibt es die Bodenmatte. Diese passt perfekt in den Fußraum der Duo Box. Musik Das flexible Sonnenverdeck lässt sich auf dem Aufbarahmen verschieben. So kannst du dein Kind ideal vor einfallender Sonne schützen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020